Hallo Leute, es ist der Tag nach dem Event, es ist eigentlich nichts los, ich mache Arenen, versuche meine Geschenke zu sammeln für meine ganzen Freunde, dann ist heute Abend halt nochmal eine Rage Stunde, aber es ist halt nochmal Kresselia, habe ich eigentlich schon genug, auch wenn ich nur einen Schein habe, ich werde ein paar machen mit einer Freundin, aber das war es auch sonst, also keine fette Tour, Wüste gehen raus an Murat und seine Gang, oder meine Gang, unsere Gang, die versuchen ihren Rekord zu brechen, ihr Rekord war bei 14, also 16 bei Labgas, aber Labgas ist ja nicht legendär und 14 bei legendär, versuchen die heute zu brechen, ich wünsche euch viel Glück, ich bin gespannt drauf, vor allem weil der Kollege Ace ist ein bisschen windig, ich hoffe ihr hört ihn nicht, man kann es halt echt nicht einschätzen, es ist halt echt, in echt ist es kaum windig, aber so ein bisschen Wind kann den Turm bereits die Gasbeeinflussung verschlechtern, auf jeden Fall der Kollege Ace auf Twitter, hat eins meiner Videos gesehen und hatte da so eine Idee, bezüglich einer gewissen Rangliste oder einer Liste, um verschiedene Städte zu vergleichen, mit bestimmten Kritergängen und verschiedenen Kategorien, eine der Kategorien ist eben, wie viel Rage schafft man für Rage Stunde, das ist eine legendäre, da könnten wir dann unsere neuen Rekord eintragen, oder den neuen Rekord von Mugat und seiner Gang, und dann mal vergleichen mit den anderen Städten, das fände ich auch sehr interessant, da bin ich auch gespannt. Also das ist ein Pokestop, momentan können wir hier einreichen und es gibt ein bisschen hier so Wirrwarr, was man anreichen kann, was nicht und ihr, hier zu Hause, reicht eine Menge Müll ein, die ganzen Ingress-Bewerter legen sich auf und das zu Recht, weil es werden echt verrückte Sachen eingereicht, ich habe gesagt, man kann es euch nicht verübeln, wenn ihr versucht, einen Homestop zu bekommen, aber Alter, ich meinte damit Sachen, die eine Chance haben, bei denen es nicht offensichtlich ist, bei denen man es vielleicht mal probieren kann, aber nicht eure Decke, das wurde echt eingereicht, wirklich Müll, man, Sachen, die keine Chance haben, damit tut ihr keinem Gefallen, damit stört ihr eigentlich nur alle, sogar uns Pokémon-Spieler, weil wir dann länger warten müssen, und die anderen haben halt dann mehr Arbeit, unnötige Arbeit, also lasst das sein, versucht ein paar Sachen, die möglicherweise eine Chance haben, aber nicht so ein Müll. Gebt euch wenigstens ein bisschen Mühe, weil das kommt garantiert, egal was, egal wie, nicht durch. Auf jeden Fall, wieso ich das zeige, ist, ich wollte ja was einreichen, das ist halt eigentlich ein schönes Wandgemälde, eine Wandmalerei, das Problem ist, war halt in einem Privatgrundstück, und ich finde das nicht so offensichtlich, was halt da durchkommt, oder nicht, wegen der Praxis, in der Theorie dürften das halt nicht durchkommen, aber praktisch gesehen sind halt viele Sachen, auch das zum Beispiel, es halt in einem Garten, Wandmalereien, wie der Name sagt, brauchen eine Wand, und Wände sind meistens an Häusern, und Häuser haben meistens einen Garten, das theoretisch ist ja auch in einem Privatgrundstück, als normaler Typ kann man da eigentlich nicht dran, genauso wie das, was ich eingereicht habe, wisst ihr, was ich meine? Also, meiner Meinung nach, Praxis und Theorie unterscheiden sich ein wenig, und ich glaube, ich gehe nicht den richtigen Weg. Es ist kurz vor 18 Uhr, die Raidstunde fängt gleich an, ich habe ein Glückserl gezündet, nicht wegen den Raids, sondern ein paar Freunde, wollten jetzt zur Raidstunde aufsteigen, wieso nicht? Aber normalerweise, für alle Zuschauer, Sonntag 21 Uhr beim Livestream, steigen wir auf. Und das gilt jetzt dann für jeden Sonntag. Also kein langes Gewarte mehr auf den nächsten Seaday, sondern echt jeden Sonntag 21 Uhr. Ich hoffe, alle kriegen das mit, hoffe, dass es etabliert sich so. Jetzt nehmen wir ein paar Raids mit, ich habe noch zwei freie Raidpässe, aber ich mache schon ein bisschen mehr als nur die zwei. Ich habe schon gefilmt, das ist nicht einfach der Anfang. Nee, erzähl. Nee, passt. Der Raid stattet ja noch nicht. Ja, mach. Nee. Oh, Leute, Leute. Ich habe schon gefilmt, das ist nicht einfach der Anfang. Nur beim Anfang kommt Leute. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht brauchen. Jetzt kommt einfach nur ein Raid, oder? Überlegen muss man tauschen anlaufen. Einfach nur ein Raid. Ich habe einen Anogid zum Abgeben. Ja, das heißt schon. Ja, zum Abgeben meine ich. Ach so, zum Abgeben. Über. Für dich, weil du so neppigst, weil du so neppigst. Ja, wenn wir fertig sind mit, weiter oben, mit die Herzen. Genau. So seinst du noch nicht, oder was? Nein, wir haben uns gerade erst befreundet. Also, wir sind schon beste Freunde. Ich hatte ja einen Hirn, was ist verkehrt, hat er abgehört. Ich habe ihn eigentlich auch nicht gefragt. Ja. Hey, ein Mann muss ja auch fragen. Wie soll sie dich denn fragen? Hä? Ja. Ja. Vielleicht halt hier. Kein Mobbing. Schauen wir mal, ob ihr noch einen Shiny bekommt. Ich hoffe, ja. Wir sind noch in derselben Gruppe. Deswegen habe ich gedacht, mal irgendjahr hängt. Ich sagte, ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Es wird eine entspannte Tour. Ja, die Schnellattacke nicht, aber die Ladeattacke hoffentlich. Hoffentlich. Es wird eine entspannte Tour. 3, 4 Rates vielleicht. Tobi und seine Gegend müssten rennen. Wurde schon gestiegen, als weil Joggingfons und Schubert sind. Alles gut. Willst du gehen raus? Äh, nein. Das nicht. Ich habe die Freund schon gegrüßt. Was? Für den Veröhrungen. Also er soll geschnitten werden. Und? Oh. Wäre das nicht schlecht. Mein Kleiner und dein Kleiner steigen auf, gell? Ja. Also jetzt sind wir doch zusammen. Shiny! Ich habe Shiny. Juhu, endlich. Einen hab ich schon. Müssen wir ja nur einmal machen, oder? Ja. Eigentlich hätte ich gar kein Morgen brauchen. Einen hab ich doch. Okay. Ist zwar voll schlecht, aber ich habe ausgemacht, dass ich jetzt mit ihm tausche. Erster Ball drin. 100% Cresselia. Was hat 100%? 33%. Und sagst du nicht? Ja, sag ich doch jetzt. Zu Hause Beste. Das hat mich Tobi schon letztens getragen. Ich habe bisher alles gefangen. Ja. Das war die Lüge. Nein, ich sag nicht mal. Bisher jeden. Man merkt es, glaube ich, an meiner Stimmung, wenn mein Einer fließt. So, nach dem 100er gönnen wir uns erstmal ein bisschen EP. Grüße gehen raus an Redking. Der hat auch einen Channel. Wir gönnen uns ein bisschen EP. Aus dem Nichts kommt da ein Freund. Wir gönnen uns die 6000 EP. 100.000. Grüße gehen raus an Anja. 100.000. Grüße gehen raus an Jens. Jetzt kommen die ganzen Schreinfurter. Sandra. Dannis Freundin. Ein Kollege hier, der mir Lucky Krippbuck getauscht hat. Nürnberger, was ist da los? Ich habe euch vor den Schweinfurtern geändert. Und die Schweinfurter steigen vor euch auf. Schlechte Interaktion. 100% Cresselia. Das ist der nächste Tag. Aber ich freue mich immer noch drüber. Ja, ich habe 96er gemaxst. Und jetzt muss ich noch den 100er maxen. Aber 100er legendär. Max ich gerne. Heute fängt auch übrigens diese Quest. Die Bromi. Die Freischaltung. Für... Was war das? Also ich bin Team Instinct. Wenn wir 15 Millionen erreichen Quest, dann gibt es garantiert einen Sonderbonbon. Aber ihr wisst ja. Die schalten ist eh frei alles. Und... Shiny Sepa ist am Start für GoFest in Chicago. Und dann auch irgendwann für uns. Demnächst. Das war es auf jeden Fall von mir. Und meinem 100er Cresselia. Die Raid Stunde. Nicht wirklich genutzt. Ah ja. Grüße gegen Gauss an Murat's Gang. Die haben einen neuen Gekot geschlagen. Der Gekot von denen war. Oder von uns. War 14. Und die haben gestern 15 geschafft. 15 legendärer Zufuß. Während eines 1 Stunden Raid Events. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf eure Stadt. Oder ihr. Auch irgendwelche gekotter habt. Und wie gesagt. Ich vergleiche das. Noch mit der Tabelle. Dann Punktkollegen Ace. Auf Twitter. Aber auf jeden Fall. Schreibt unten in die Kommentare. Ob ihr. An der Legendär Raid Stunde teilgenommen habt. Und wie sie lief für euch. Oder. Ja. Hattet ihr keine Lust. So wie ich. Weil. Ich meine. Jetzt findet jede Woche eine statt. Nächste Woche dann. Kyoge. Und übernächste Woche auch. Und dann wahrscheinlich. Die nächsten 2 Wochen danach. Grodon. Und ich nehme an. Vielleicht. Ab jetzt. Immer. Ja. Mal schauen. Wir haben ja schon. Das Thema ein bisschen angesprochen. Mit den Raids. Und dass sie auf jeden Fall. Uninteressanter geworden sind. Und ich glaube. Na Antic weiß das auch. Und führen zum Beispiel. Diese Raid Stunde ein. Die doch recht beliebt ist. Und da machen immer noch. Sehr viele Leute. Sehr viele Raids. Na Antics sind schon kleine Ganoren. Aber auf Dauer. Sehe ich. Das Interesse an Raids. Noch weiter sinken. Meiner Meinung nach. Ist der Reiz für Raids. Schon. Drastisch gesunken. Klar. Raid immer noch. Frei Raid Pass geht immer. Hier und da. Auf jeden Fall. Immer bei Raids. Die Motivation. Allgemein. Für Raids. Ist auf jeden Fall. Am droppen. Aber. Das war's erstmal von mir. Wie immer. Like. Subscribe. Und kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folge uns auf Instagram. Facebook. Twitter. Check die Shop ab. Vergessen. Pokemon is serious business.